Sanah Hoca, ich arbeite im Drei-Schicht-Dienst und kann leider nicht immer am Freitagsgebet teilnehmen. Gilt mein Schicht-Dienst als eine berechtigte Entschuldigung? Alhamdulillah, was salatu was salamu ala rasulillah. Nein, denn das Freitagsgebet ist für jeden Muslim eine Pflicht. Die Unterlassung wird als eine große Sünde dargestellt. In einem Hadith heißt es, Allah versiegelt das Herz desjenigen, der drei Freitagsgebete ohne einen triftigen Grund auslässt. Demnach sollte man sich bemühen, die Freitagsgebete zu verrichten. Sie können zum Beispiel diese mit ihrem Arbeitgeber im Vorfeld absprechen und versuchen, ihre Arbeitszeiten dementsprechend einzuplanen. Wenn aber das Risiko besteht, ihre Arbeit zu verlieren, kann dies als ein vorübergehendes Hindernis gewertet werden, das so schnell wie möglich zu beheben ist. Möge Allah uns die Möglichkeit gewähren, unsere Gebete ohne Hindernisse zu verrichten. Das ist die Möglichkeit, die Freitagsgebete zu verrichten.